Ich hatte gestern meine mündliche Abschlussprüfung, bin jetzt fertig und somit Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Bin richtig glücklich, habe gestern direkt meine Abschlussnote bekommen und habe schriftlich und mündlich gesamt mit zwei bestanden. Während des Gesprächs vergisst man alles um sich herum. Man geht in den Raum, die Prüfer werden vorgestellt, der Ausschuss wird vorgestellt, aber irgendwann blendet man um sich herum alles aus und man sieht nur noch wirklich denjenigen, der vor einem sitzt und von dem man geprüft wird und dann geht man raus. Eine Stunde ist vergangen und geht wieder rein und dann hat man schon die Note und die ganze Aufregung ist weg und man freut sich einfach nur noch und ist glücklich. Am Ende des Blockunterrichts haben wir keine Abschlussprüfung. Es ist halt einfach ganz normal, als wenn wir zur Schule gehen, wir schreiben nur unsere Klausuren zwischendurch und wir kommen halt zum Schluss unser Zeugnis. Als ich dann gestern wieder zu Hause war, habe ich als erstes meine Tasche ausgepackt, die ich gestern Morgen mit zur Prüfung hatte und habe alle Unterlagen aussortiert, die ich nicht mehr brauche. Alle Notizen, die ich mir zur mündlichen Prüfung gemacht habe, sind erstmal direkt in den Mülleimer gelandet. Also ich habe jetzt noch Schule bis zu den Sommerferien. Das ist ca. 7. Juli müsste das sein. Danach kommen wir in neue Abteilungen. Entweder ein paar von uns kommen nochmal ins Servicecenter. Dann haben wir noch die Bereiche Kraftfahrt, Sach- und Haftpflichtleistung und Lebenvertragsservice. Aber wer wohin kommt, das wissen wir jetzt noch nicht genau. Das erfahren wir kurz vorher. Ich werde jetzt für drei Monate voll in der Lebenabteilung sitzen und ab dem 1.10. werde ich dann ein Vollzeitstudium beginnen. Also ich hoffe, dass das klappt. Derzeit bewerbe ich mich noch an den Fachhochschulen und an den Universitäten, habe aber leider noch keine Rückmeldung diesbezüglich und bin dann hier bei der Provinzial als Werkstudentin eingesetzt und werde neben dem Studium weiterhin hier arbeiten. Also ich hoffe, dass das klappt.